Es gibt Anzeichen, die man merken kann, weil Laylatul Qadr ist. Das ist richtig. Und zu den Anzeichen gehören aus den authentischen Überlieferungen, dass die Sonne, wenn man sie sich morgens anschaut, das heißt nach dem Fajr, die Sonne leuchtet nicht so grell. Das heißt, man kann in die Sonne hereinschauen, ohne dass man dadurch geblendet wird. Nummer eins. Nummer zwei, das Wetter ist mild, gemäßigt. Es gibt so leichte Nieselregen. Das sind Anzeichen, wo man erkennen kann, erkennen kann, dass Laylatul Qadr ist. Und vergiss die Anzeichen, die manche Leute zählen, die sagen, an diesem Tag bellen nicht die Hunde. Wallahi, die Hunde bellen jeden Tag. Die Tiere davon und auch leider manche, die sich Menschen nennen und so verfallen wie Tiere. Nein.